Ein Teil von AALA zu sein bedeutet für mich, Teil einer nachhaltigen Milchwirtschaft zu sein in der Zukunft. AALA arbeitet daran, die Milchwirtschaft nachhaltiger zu machen, die ja doch sehr in der Kritik steht. Und ich glaube, mit AALA zusammen können wir die Milchwirtschaft nachhaltiger umbauen. Ich bin Max, ich bin 27 Jahre alt und Trainee im zweiten Jahr bei AALA. Also wenn ich das Traineeship Revue passieren lasse, dann fällt mir natürlich als erstes meine erste Station ein, der Außendienst. Mein Gebiet war der Niederrhein und dort habe ich Supermärkte betreut und war dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass unsere Produkte gut platziert sind. Klar, wo war mir klar, dass ich im Außendienst viel unterwegs sein werde, aber ich war sehr überrascht und auch ein bisschen erstaunt, wie es dann doch abläuft. Man ist es ja nicht gewohnt eigentlich, wenn man so von der Uni kommt und auch in den Praktika, die man gemacht hat. Es ist ein ganz anderes Arbeiten. Was das Schöne ist, man hat viel mit Menschen zu tun. Man muss sich immer wieder neu auf Situationen Menschen einstellen, was sicherlich herausfordernd ist, aber auch gute Seiten hat, natürlich. Man kann wahnsinnig viel lernen über sich selbst, aber auch über zwischenmenschliche Dinge, wie man Menschen anpacken muss. Ich glaube, das hilft einem wahnsinnig, einfach seinen eigenen Charakter zu bilden. Letztendlich haben der Marktleiter und ich ja dasselbe Ziel. Wir wollen beide mehr Umsatz für den Markt generieren und natürlich am besten mit den Adler-Produkten. Also das Traineeship ist immer in zwei Stationen aufgeteilt. Im ersten Jahr ist man im Außendienst unterwegs, da betreut man ein Gebiet, ein Kundengebiet. Das sind Supermärkte, die man anfährt. Und im zweiten Jahr wechselt man dann sozusagen in den Innendienst, in das Category Management oder das Trade-Marketing. Nach dem Traineeship bin ich im Category Management gestartet, wurde übernommen. Und das hat sich bei mir schon deutlich herauskristallisiert, dass da mein Steckenpferd liegt. Die Kombi aus Sales und Marketing hat mich dann wirklich begeistert. Ich bin Marie-Therese, 28 Jahre und Junior Category Managerin bei AALA. Im Category Management haben wir den Anspruch, eine neutrale Kategorieperspektive einzunehmen und diese wirklich durch datenbasierte Analysen und verschiedene Studieninsights weiter zu schärfen. Das Spannende ist halt, dass man wirklich ganz nah an der Kategorie der Entwicklung verschiedenen Trends dran ist und diese mitverfolgt, aber auch in der Umsetzung, wie setze ich verschiedene Maßnahmen im Markt um, auch das mitgestalten kann. Die Gemeinschaft bei AALA oder auch unser Team zeichnet sich wirklich durch eine Hands-on-Mentalität aus. Wir haben ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Jeder hilft jedem. Man wird wirklich gefordert in dem Traineeship, aber gleichzeitig auch gefördert. Die Identität von AALA ist geprägt von der skandinavischen Herkunft. Es ist sehr locker, sehr informell und natürlich herrscht ein großer Gemeinschaftsgedanke. Nicht zuletzt, weil wir eine Genossenschaft sind. AALA gehört den Milchbauern und die Milchbauern sind praktisch unsere Chefs. Das bedeutet für mich, Teil einer Gemeinschaft zu sein und für Menschen zu arbeiten. Nicht für einen Konzern, sondern tatsächlich für Menschen, für unsere Milchbauern zu arbeiten. AALA 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 AALA